Wir sind heute in Berlin bei dem Studio Neubauten, hatten am Abend vorher Konzerte, haben uns alle mächtig abgeschossen. Vorgens habe ich versucht, in einer halben Stunde, bevor wir da sein sollten, alle zusammen zu telefonieren. Es hat vier Stunden gedauert und danach waren wir eigentlich alle da und haben nachdem es daher, da wir gerade mit der Wasserpistole da gespielt haben, den totalen Puma lag, den folgenden Zock aufgenommen. Komm und an zu! Komm und ran! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020